Hallo und herzlich willkommen hier bei Gushu Gaming. Heute spielen wir wieder eine kleine Runde Brawl Stars zusammen mit der Pia. Hallo! Und wir fangen direkt an. Jetzt ist der Boss sterblich. Also ich glaube jetzt werde ich dreimal spielen. Zwei, zwei, zwei! Oh, das ist ja so. Ja, ich werde das auch mal machen. Ja, ich werde das auch mal aufladen. Ich glaube, ich muss die auch mal aufladen. und oh wo wo hier ist eigentlich ein 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 Was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Ich habe mein Herz und ich schneide den Wartner. Was ist das für ein Schuss? Oh ich bin jetzt... Ich bin jetzt so ein Schuss! Oh nein! Ich bin jetzt so ein Schuss! Und dann immer noch ein Schuss! Was ist das für ein Schuss? Was ist das für ein Schuss? Ich weiß nicht, ich spiele selber jetzt wegen den Quetzes, aber 10 Minuten, wo man reinkommt. Also wenn man gegen Brotts spielt, dann kann man das gleiche sein. Die Bär ist der Kupert. Die Bär ist nicht Kupert. Die Bär ist nicht Kupert. Ich habe immer Kupert mit Kupert. Kupert! 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 Der Kupert ist nicht Kupert! geht? ich bin H防 ist die Bär machen! Ich weiß nicht, ob ich meinen Kupert auf Knights kenne. Kann ich mit mir individuell. Ich kann aufpassen. Ich habe auch mal gewonnen. Ist das nicht? Es ist nicht so... Da runter, da unten, da unten, da unten. Da unten, da unten, da unten. Ich habe diesen kleinen Legen gespielt... Genau! Ich habe dieser kleine Vorsicht. Ja, die zwei hat Martin reich noch nicht. Wir machen aber eine andere Post. Du schaffst den Pass jetzt eh nicht mehr, also... Ähm, da hast du mal... Hä, ist der Pass erst bis morgen, äh, ist der morgen weg oder was? Der Pass. In drei Tagen endet der und da hast du nicht genügend ein Fest. Ich dachte mal, das ist fest, aber wir wollen ja... Ja. Und du hast halt... Diese Sterne... Ich mag die... Weil man da Sachen draus bekommt. Ja, und wenn man da sieht, wenn man da so drauf drückt, dann hätte ich aber erst mal episch bekommen. Äh, nicht das. Episch, sondern das andere. Welche Farbe? Äh, blau. Blau drüber werden, das ist schlecht. Ja, ja. Nein, das ist blau. Das ist voll blau. Ja, das ist schlecht. Das Beste ist legendär. Das hast du ja nicht gemacht. Hä, natürlich. Nein, das Beste, was du hattest, ist nötig gewesen. Ach, ich will das mal endlich. So, was du jetzt nötig. Wo ist das? Wo ist das? Hey, auf den Berg habe ich gelogen. Da hab ich diesen krassen Schüppelgel mit Peuge gemacht. Da hab ich auch schon gefragt. Da, der Bär hat mich geschaft mit. Ja, ja. Auf den Berg habe ich nicht gelogen. So, ich bin in der ist jetzt so schade! SIRGE! SIRGE! SOMEBODY CALL FOR SURGE! SURGE PROTECTOR! WRITER 5 Ich glaube, ihr seht das Video eh erst am Dienstag. Da! Wunder! Ach du! Das erste Video mit dir ist eh noch ganz anders. Was kommt das denn an? Ja, da war ich doch nicht! Eine Stunde? Nee, das ist jetzt so. Nein! Nein! Aber was wird das denn? Ja! Woher geht der? Schafft das der? Der darf ich hier eigentlich auch aufladen? Nein! Ja! Mit Aufladen meint sie heilen! Oder Heiden? Ja! Der hat doch noch überlebt! Ja! Der hat doch noch überlebt! Der hat doch noch überlebt! Der hat doch ein Wurm an. Die ist jetzt nicht schön! So, uns fehlt jetzt noch eine Kupole, die liegen hier in der Star-Dog. Dazu brauchen wir jetzt noch... Ich kann abholen. Um die 500 Quatsch. Soll ich Lachse und die ich gerade hab? Ist mir eigentlich egal, wenn ich den Ball oder so abholen. Sollte ich diesen Boxkantin nehmen? Den hab ich am meisten abgeholt. Ja, nehm aber auch mal einen anderen Ball, weil ich muss jetzt den Bär spielen. Ja, ich wollte ja... Ich hab doch gerade gesagt, dass ich den Boxer... Boxer nehm. Okay. Weil der ist am meisten abgeholt. Oh, warte, warte. Ich will auch noch eine Sache abgrenzen. Kannst ja später machen. Oh, der ist ziemlich gut für mich. Also mit dem kommt ich sicher einmal. Oh, eine Mechle! Kasse! Oh Gott, komm! Ich sollte gehen! Aber Hauptsache, da haben alle überlebt. Ich wollte... Ich wollte... Ich heilen. Und das ist schief. Ja. Ist die ganze Runde gerade schief, oder? Ja. Weil... Ich hatte keinen Acker, weil ich keinen Punkt hatte. Soll ich... Was war doch nicht? Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! 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 Ach... Den dared man richtig sparen. Und erne den jetzt in der Runde bergert. Okay, ich kann,... Ha! The l fala... Aaaaaah! Das gerade ist gut. Da... Da ist also gut... Aaaaaah! Aaaaaah! Oh! Oh! Oh, okay! Ich bin jetzt nicht fertig! Hey, ich bin schreit! Oh, okay! Oh, okay! My mind is clear! Oh, okay! Ah, okay! Ah! Ah! Ja! Das war ein Reinfall! Ich nenne ihn jetzt Bucketchen! Ich nenne ihn jetzt Bucketchen! Ich nenne ihn Bühnermacher Mike! Hör das in die Star-Power! Warum ist der denn jetzt AFK rumgestanden? Der ist gegen die Wand gelaufen! Ja! 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 Nein! Ja! 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 Super kacke! Warum ändert mein Bär als die Meister? Ich bin nicht so gut geblieben. Dann haben wir die Fliege wechselt. Ja, lau, schau, lau! Oh, ich bin ja da drin. Oh, ich bin ja da drin. Ja, als ob ich die noch gekillt habe, alle drei. Okay. Ein! Lass mich ran! Das war jetzt den Schiss. Ich bin ein bisschen weit. Super. Manchmal bin ich gut, aber manchmal bin ich auch gut. Okay, ich hab meine Rübe einfach geliebt. Ach, ich bin ja da drin. Oh, okay. Okay, ich glaube, ich werde laufen. Ich werde laufen. Wow! Hey, warum hat er mein Baby geschlagen? Ich habe den Kopf geschlagen. Ich habe nichts gemacht. Doch, ich habe bei dem letzten geholfen. Aber sonst habe ich nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Oh Mann, ich kriege mich auf die Luft. Okay, ich habe meine Rübe einfach nur. Okay, ich habe meine Rübe einfach nur. Oh Mann, ich habe meine Rübe einfach nur. Oh Mann, ich habe meine Rübe einfach nur. Ich wollte mir eine Superpower machen. Oh Mann, wie ist das? 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 Nein, noch nicht. Dann würde ich sagen, wir finden das auf die nächste Folge. Dann muss einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.